Norddeutscher Rundfunk 2021 Morgen zusammen. Morgen. Na, sind wir wieder alle da, um uns einen gelben Schein abzuholen, was? Jetzt passt doch auf, nachher passiert... Ja, jetzt ist es passiert hier. Ach, was soll das denn jetzt so simulant, hm? Ja, kann passieren. Ja, hier sind... Hier sind ja noch nicht mal Pornos drauf. Das tut mir jetzt leid. Nee, gar nicht. Der Nächste, bitte. Moment. Und nicht mal ein Einlauf? Nein, um Gottes Willen. Na gut.